Nach der Ankündigung neuer Raketen- und Atomtests durch Nordkorea haben die Vereinigten Staaten und Südkorea Pyongyang aufgefordert, auf weitere Provokationen zu verzichten. Der US-Sondergesandte für Nordkorea beriet in Seoul mit dem südkoreanischen Wiedervereinigungsminister die Lage. Nordkorea sollte auf die Völkergemeinschaft hören und auf Provokationen verzichten. Das wäre gut für Nordkorea und die Völkergemeinschaft. Als Reaktion auf die Ausweitung der UN-Sanktionen hatte die nordkoreanische Verteidigungskommission verlauten lassen, man werde weitere Satelliten- und Langstreckenraketen starten und einen hochgradigen Atomtest unternehmen. Dies richtete sich gegen die USA.